Dann. Jetzt hab ich dich. Ich hab das Sextotem, diesmal hab ich's wirklich. I swear. Achso, okay. Perfekt. I swear I got it this time. Also, ich hab jetzt drei Totems insgesamt gemacht. Wahrscheinlich ist es immer noch nicht. Ich hab... Zwei, glaub ich. Sie hat mich! Dann bleiben nämlich keine mehr. Hab ich zwei gemacht? Eins oder zwei? Surprise, motherfucker! Also... Achso, Jan, warte, kommt jemand zu dir? Ja, ich bin da. Achso. Ich werd verfolgt! Ich geh weg. Danke. Also, wenn du die Vanessa holen wolltest, dann jetzt... Die Vanessa? Was? Die Vanessa? Die Vanessa? Die Jan, sorry. Der ist doch schon lange unten. Ich war abgelenkt! Wenn man ein anderes Item in der Hand hatte davor, dann war es so, dass man das andere erst aufheben muss in der... Genau. Aber das haben sie geändert. Es ist vorbei, Anakin! Ich habe die hohe Gründe! Äh, sorry, Vera. Was? Sie ist bei mir! Sie ist bei mir! Hast du ja auch, sie sind irgendwie ein bisschen gesprochene Teil? Ich stelle sie mir einfach so geil vor, auf den Fingern so vor, die ich mir irgendwo reingedrückt habe. Ja, aber... Die Hecke ist so klein, ich seh sie nicht über die flöten Steine, ich weiß nicht, wo die Hüter kommt. Ich spiel sie durch, aber ich seh sie nicht. Oh shit, ich schau mal rein. Du musst wirklich versuchen auf den roten Strahl zu achten. Aber wie bekommst du den Spiezerum vor? Nee. Ja, teilweise. Ich weiß nicht. Wird irgendjemand von euch gechased? Nee. Oh, ich werde gechased, that's fun. Heck. Heck, you can do it. Oh man, wir... Ah shit, here we go again. Ich bin echt noch ein bisschen Scribble I.O. spielen sollen, ey. Mann. Kann man auch? Heck, wieso machen wir denn genau das gleiche? Oh! Nevermind. Nee, können wir nicht mehr. Oh! Ich bin immer noch am Aufnehmen. Soll ich mal einen Trick probieren? Das wird ein langes Video haben. Der immer im Ladebildschirm ist mit Paletteumwerfung zum ablenken, dass sie dich vielleicht nicht mehr chastet? Also... Was? Was? Ja, Ablenkungspalette umsch... ...miss. Nein, mach das bitte nicht. Ablenkungsmanöver, Palette umschmeißen. Fester Trick. Mit dir hier gab es noch was da drunter. Äh, in der Mitte ist ein... Jen... Ich hab'n Jen... Sie hat mich wieder gelassen! Oh my god! Oh, ihr habt ne... Sch-sch-sch-sch-sch... Warte, ja warte, ich schnapp dich, ich schnapp dich, ich bin gleich da. Ja. Okay. Alles klar. Oh. Jan haut einfach wieder an. Warte, ich find da müssen wir eine Heilung brauchen. Oh scheiße! Wuh! Ach so. Wenn... Ja... Ach so, wenn da jemanden jagt und stalkt, oder? Sollten die anderen... Oh ja, toll! Er kann trotzdem stalken, auch wenn ich ihn anschaue. Ach, Ghostface, come on! Bad to me! Der Charakter muss aber einen anschauen, oder? Den anschauen. Ja, ja. Nö, nö, nicht nur er, auch die anderen können ihn anschauen. Sagen wir, er jagt jemanden. Ja, ich hab' ihn straight angeschaut. Er hat sich trotzdem voll aufgegeilt. Also von daher... Scheiße! I won't hesitate, bitch! Ah, nein, welcome to clean asses getting damaged! Nein! Ich wollte nur ein bisschen blocken, ich weiß, ihr plus ... Nein! Ja, vielleicht! Ja, 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 ja! Ah! Seid ihr immer noch da hinten? I got you, boot! Not detected! So, jetzt kann er keine Fähigkeit benutzen. Hä? Junge, wohin löbst du denn, Junge? Das andere Tor ist doch zu, oder nicht? Oh, leer lang. Blocken, genau, blocken. Er hat seine Fähigkeit, den ich benutzen. Er, er, er kann noch blocken. Ja, hier, hier, hier. Bye, bye. Ey, Jula, kannst du für einen Taler mal blocken? It's all good, it's all fine. Don't got me. Das ist ein Banner, ne? Hat irgendjemand den Killer schon mal gesehen? Nee. Oh, ja, ist es Spirit. Sie ist bei mir. Ist es bad. By the way, guys, ich dachte, ich gehe auf den Fortgate, aber das ist wirklich halt ein Banner. Spirit! Spirits! Spirits! Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt noch Spirits sagen musste. Oh Gott. Ich hab's kein einziges Mal verstanden. Just file my actions. Oh, hallo? Ähm, warum wurde hier gerade gesprengt? Insofern. Because you're stupid. Was war Rondor? Ja, Mann. Auf, ey. Auf. Roll it. Oh nein, mein Gin. Ist jetzt kaputt gemacht. By the way, wann trinken wir jetzt? Wenn jemand gehooked wird? Nee, noch nicht, oder? Ja, wenn gehooked wird, Mann. Ja, wenn gehooked wird. Jetzt schon, okay. Safe. Ja, was denn? Brauchst du eine Vorwärmrunde oder was? By the way. Erstmal vorglühen. Wuhu. Warte mal, ich will den fertigen Pina Colada noch irgendwann ausführen. Das heißt, du musst die Flasche Wodka irgendwann durchfriegen. Das ist echt so. Boah, jetzt warte zum Pina. Boah, Pina. Alter, ich liebe Pina Colada, ne? Pina ist so gut. Ich weiß nicht, ich liebe es. Ich liebe es. Das ist halt sehr cremig. Der sieht gut aus. Ja, aber wenn du den selben hast, den ich damals gekauft habe. Ich liebe Kokos. Ich habe Kokos gesehen, dann will ich das. Also, wenn du den selben hast, den ich damals gekauft habe, der war echt nicht gut. So eine weiße Flasche. Ja, so eine weiße Flasche. Ich werde gechased, bitte. Ich weiß nicht, wo sie ist. Wenn du den selben Pina hast, riecht in die überhaupt nicht. Das ist der billige Pina. Ah, der war nicht so gut. Ja. Stop it. Geh zum Help. Den mit der weißen Flasche. Weg. Der hatte ich auch. Es gibt noch eine Sex on the Beach Variante davon. Ja, die ist auch nicht wirklich gut. Diese billigen Dinger da. WTF, Bodo, ich suche ein Video raus. Von damals, wo es noch nicht so war und zeigst dir. Ich werde nicht gechased. Oh, that's bad. Ich würde nicht mal das Gegenteil sehen. Ja, ich würde die ganze Zeit nicht gechased, habe ich vorhin zu sein. Aber ich glaube, Bodo und Dodo sind viel zu laut. Ja, die sind echt laut. Wir müssen sehen, was du davon hast. Ich werde dich nie wieder retten. Oh, oh, what? Kill me, please. Heil dich selber. Wow. Wow. Oh mein Gott. Konsequent, konsequent. That's toxic. Wow, that's actually toxic right now. Oh nein. Hallo, danke. Wie bist du? Das ist sehr lieb. Verbessert sich bei dir die Anzeige? Bei mir klemmt die Anzeige fest. Die geht hoch, ja. Was machst denn du da gerade, Bodo? Oh Gott, Maria! Was? Maria! Der hat den... What the fuck? Der hat den Perk, der hat den Perk. Den... Den Kera. Ja. Holy shit. What the fuck? That was... Oh Gott. Was war ich? Das ist so. Ja. 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 Naat! Fuckin Twitch. Wie viel lohnt das? Hallo? Vorsicht, 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 Vorsicht! Go, 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 go! 50, 60? Oh, 50, 60? Ey, das ist doch Save Show wieder als 30, 70. Er ist da unten, er ist da unten! Er ist da unten! Ich weiß, dass er da unten ist. Ich habe ihn ja mitgebracht, Leute. Doro, bleibst du bei mir? Lass uns doch den Champion hinter dem Wagen da mal. Ich war die ganze Zeit da. Oh! Ach, auf der Reihe. Ja! What is I doing? Oh, hello Vanessa. Hello, my friend. Hast du auch Dings? Oh! Hä? Hast du auch was? Oh Gott, Maria! Warum? Please, Mr. Billy! I got a flashlight. Oh yeah, Bibu. Oh, Billy! Holy shit! Ja! Tinkerer! Ich hab nicht gecheckt, dass du... Geh weg! Das hat es nicht voll gesagt haben. Ich find's gut, dass ich ihm das wirklich gesagt hab. Ja. What the fuck? Ich hab's nicht gecheckt. Ah! Oh, Mr. Billy. It's a Billy! It's a Billy! It's a Billy! Boom! I see! Oh nein, gleich trinken. You can drink! Wo ist er denn? Das hat bisher ganz gut funktioniert eigentlich. Bei 5 bis 10... Warte, blick, you have a better idea! Da ist er! Da ist er! Weil das sind so diese kleinen Dinge, die ich halt merk, dass dieser Schrei halt dann auf einmal kommt. Uh, das sind die Details, auf die der Boy achtet. Ich achte auf die Details, Alter! Ja! Das ist ein Detailverliebter Boy! Das ist ein Detailverliebter Boy! Das ist ein Detailverliebter Boy! Oh Gott! Nein, Tinkerer! Boi! Ich hab Deliverance! Alles gut! Ich hab Deliverance! Hau nein, Alter! Hau nein, bevor ich denn da exige! Hau! Let's do it! Let's just do it! What? Hau nein! Hau nein!